Wer keine Lust hat, Captures zu lösen, kann auf den Service 9kw.eu zurückgreifen. Hier kann man entweder selbst viele Captures am Stück lösen und Punkte sammeln, oder man kann sich für kleines Geld auch Punkte kaufen. 9kw.eu kann zum Beispiel in Verbindung mit Shadow Loader genutzt werden. Um den Service zu nutzen, legen wir uns als erstes einen Account an. Dazu nutzen wir den Link in der Videobeschreibung. Wir geben hier eine gültige E-Mail-Adresse an, akzeptieren die AGBs und lösen das Capture. Nach dem Klick auf Registrieren bekommen wir eine Mail, die unser Passwort enthält. Mit diesem loggen wir uns nun in unseren Account ein. Unser Benutzerkonto ist nun einsatzbereit. Aus Sicherheitsgründen sollten wir nun in unserem Account das Benutzerpasswort ändern. Dazu klicken wir auf Einstellungen und ändern das Passwort. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020